Hi und herzlich willkommen zu Dores of the Day. Ich bin Elisa-Maria Love, dein Host. Und apropos, das hier ist Buttons und der wird mich heute ein bisschen unterstützen. Buttons und ich haben insgesamt zehn Adventskalender und wir zeigen euch täglich, was in welchem Adventskalender drinne war. Los geht's! Im DM Bio Adventskalender gab es heute eine Reise zum Gewürzmarkt. Ist zwar nicht unser Lieblingstee, aber schmeckt tatsächlich nicht schlecht. In diesem wunderschönen Visebubble Adventskalender gab es heute diesen Scrunchy und der ist meiner Meinung nach mit einem Slim. Das ist übrigens so ein helles Rosa. Ein richtig, richtig schöner Adventskalender-Inhalt. Im Balea Adventskalender war heute Morgen ein Duschpeeling. Das hatte allerdings Buttons direkt für sich beansprucht. Das ist mit Orange und Beerenduft. Außerdem soll ich nochmal darauf hinweisen. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Im ersten Türchen vom Essence Adventskalender war heute das hier. Das ist ein Eyeshadow und Brow Highlighter. Ein sehr, sehr schöner Farbton mit einem dezenten Glitzer. In dem selbstgemachten, sagen wir mal, Swifty Adventskalender von einer Freundin von mir war dieses Freundschaftsarmband drin und hier steht drauf Back to December. Im Baka Adventskalender von Brigitte Box und About Food gab es heute ein Besser-im-Glas-Gewürz und zwar essbare Dekoblüten. Und ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Außerdem haben Buttons und ich noch den Premium-Gourmet-Adventskalender von About Food und hier war heute auch ein Besser-im-Glas-Gewürz drin, nämlich das hier. Ich werde es erst gar nicht ausprobieren auszusprechen. Da sind wir gerade schon in meiner Instagram-Story dran gescheitert. By the way, wenn dir um 11 Uhr das Adventskalender-Türchen öffnen zu spät ist, dann komm doch um 9 Uhr bei mir auf Instagram vorbei. Da mache ich das nämlich jeden Tag mit euch und Buttons in unserer Story. Außerdem geht es da jeden Morgen um 6 Uhr und einen eigenen Community-Adventskalender, den ihr nicht verpassen solltet. Buttons und ich sind große Porridge-Liebhaber und deswegen freuen wir uns besonders über unser Frühstück heute. Das ist nämlich ein Vitamin-Porridge, Apfel und Ingwer. Buttons schmollt direkt wieder. Ihr wisst warum. Er darf nämlich keine Schokolade essen, weil das ist nicht gut für Schneemänner. Und ich habe mich dazu entschieden, meinen Button von heute, von Nomo Schokolade, in eine Dose zu machen. Denn morgens Schokolade essen ist tatsächlich einfach nicht mein Fall. Und zu guter Letzt haben Mike und ich uns dieses Jahr noch den Mixed-Adventskalender von Just Spices gekauft. Und wie ihr sehen könnt, war darin dieser Jute-Beutel drin. Und ich glaube, der ist tatsächlich aus recyceltem Stoff oder so. Auf jeden Fall ein echt cooler Stoff und ein richtig süßes Design. Welches Türchen hat dir am besten gefallen? Schreib es mir jetzt in die Kommentare. Und sei auch morgen wieder dabei, wenn wir die Doors of the Day öffnen.